Noël Oth, der Finale ist gerade verloren. Gestern habt ihr das Goethe-Finale noch gewonnen gegen die gleiche Gegner. Was habt ihr heute falsch gemacht? Ja, das Glück hat auch etwas gefehlt. Gestern hatten wir das Glück. Heute hatten wir ein wenig Pech. Ein wenig individuelle Fehler. Aber ich denke, bei uns könnte dann noch einer reinkommen und dann gewinnen wir am Schluss vielleicht den Match. Trotzdem hast du selber einen Pokal in der Hand, die Angst vor dem Jahr. Was bedeutet diese Auszeichnung? Ja, das bedeutet mir natürlich sehr viel. Und für mich selber ist es natürlich gut. Aber klar wäre ich gerne noch mit der Mannschaft Schweizer Meister geworden. Aber das hat halt nicht gelangen dieses Jahr. Trotzdem im Rückblick wahrscheinlich eine erfolgreiche Saison. Würdest du das auch so sagen? Ja klar, sehr erfolgreich. Super Team. Immer Mannschaftssammenhalt haben wir gehabt. Und nächstes Jahr versuchen wir wieder Schweizer Meister, unsere Cubs verteidigen und immer weiter zu trainieren. Ok, viel Glück mit diesem Vorhaben und danke für uns. Dankeschön.